Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Geek Talk Daily. Heute am Montag, dem 2.7.2018, hört ihr die Geek Talk Daily 405 und ich habe die folgenden Themen mitgebracht. Read-Only, Hosentasche, Gaming und Faltbar, Google Pay, Samsung-Warnung, MyLand, MyFritzApp und Apple Maps. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Da geht es um WhatsApp. Da gibt es ein neues, grösseres Update oder ein kleineres Update. Vor allem wichtig für all diejenigen unter euch, die Gruppen betreuen. In der Familie, im Verein, wo auch immer, Schule und so weiter. Da kann man jetzt den Chat quasi umwandeln von einem Gruppen-Chat in einen nur Streaming-Chat. Also quasi ihr postet das rein und die restlichen Leute, die da drin sind, die können konsumieren, aber nicht in die Gruppe reinschreiben. Macht, wie im Familienkreis oder eben auch im Verein, sicherlich das Ganze deutlich einfacher, weil dann nicht so viele verschiedene Meinungen und dann nicht plötzlich über andere Dinge diskutiert wird und dann Wichtiges untergehen kann. Also wenn man das Ganze als Stream-Geschichte zum Verteilen von Informationen nutzen möchte, ist das sicherlich ein tolles Update. Wenn derjenige, der die Nachricht dann bekommt in dieser Gruppe, auf euch reagieren möchte, kann er das. Das geht dann über eine Private Message und dann eben nur an euch, an den Gruppenadmin und nicht an weitere Leute. Wie ihr das tut, bei uns auf daily.giktok, bei der 405, ist ein Link dazu, wo das Ganze beschrieben wird. Bei Surface, respektive bei Microsoft, geistert schon seit Längerem ein Surface-Phone, wie es immer wieder beschrieben wird oder umschrieben wird, herum mit einem faltbaren Display. Microsoft ist da ja schon seit Längerem daran, an diesem Projekt Andromeda umzusetzen und ist dabei eben mit einem faltbaren Smartphone immer wieder aufgefallen. Das soll aber doch gar kein Smartphone sein, wie man jetzt verlauten lassen hat über der Verge. Die haben interne Infos bekommen, dass das Ganze eine Erweiterung vom Surface-Universum sein soll. Ein faltbares, kleines Ding, was man sich in die Hosentasche stecken kann und dann über den Stift bedienen kann, wie man es halt von den Surface-Geräten her kennt. Ich war ja von Anfang an ziemlich begeistert von den Bildern, die man bis jetzt schon gesehen hat und bin es nach wie vor und ich würde das Teil sicherlich unbedingt gerne ausprobieren, wenn es dann auf den Markt kommt und das soll laut The Verge noch in diesem Jahr sein. Also das Release soll noch in diesem Jahr sein und somit auch die Vorstellung, da müsse sich Microsoft langsam mal ein bisschen sputen, denn ja, bis Weihnachten hätte ich gern so eins gerne. Und ja, wenn wir schon gerade bei Ankündigungen sind, da ist Microsoft nicht allein. Auch Huawei hat einen Blick in die Zukunft gegeben. Aktuell findet das Mobile World Congress in Shanghai statt, so das asiatische Pendant zu dem, was in Barcelona jeweils am Anfang des Jahres stattfindet. Und da haben nicht nur Hersteller wie Asus, Xiaomi und Red Magic und natürlich Razer Gaming-Smartphones vorgestellt. Da hat auch Huawei verlauten lassen, dass sie ab dem nächsten Jahr mit einem solchen entsprechenden Gerät auf den Markt kommen möchten. Ich bin da extrem gespannt. Nach wie vor ist ja Android im Vergleich zu iOS, was den Spielesektor betrifft, deutlich hintendran. Aber da kann sich ja noch einiges tun und bis zum nächsten Jahr ist noch viel Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Huawei da basteln wird. Auch hat man gesagt, dass man im nächsten Jahr im Bereich der faltbaren Smartphones mit in den Markt gehen möchte und den nicht anderen überlassen möchte. Da weiss man ja mittlerweile schon, dass Samsung etwas am Basteln ist und der eine oder andere Hersteller sonst noch, die da was rumbasteln. Wir dürfen also gespannt sein. Das 2019 wird spannend. Wie überall. Technik ist immer spannend. Meistens. Auf jeden Fall. Ja, Google Pay. Das hat ja in der letzten Woche bei euch in Deutschland zumindest gestartet, liebe Hörer. Für diejenigen, die von da kommen. Und da sind ja relativ wenig Banken dabei. Und das Misstrauen der Kunden ist natürlich immer da. Google will viel wissen. Die Frage ist, was weiss Google da? Vom Prinzip her funktioniert das Ganze ja relativ ähnlich wie Apple Pay. Der einmalige Token, der von eurer Karte, respektive von eurem Phone an das Bezahlterminal übergeht, ist wie gesagt einmalig. Und somit kann man da relativ schlecht Daten erheben und Verbindungen zu euren Personen verknüpfen. Ausser das Ganze wird natürlich dann verknüpft mit irgendwelchen Sammelkarten, wo ihr dann wieder eure Daten hinterlegt. Was genau da noch alles mit drin ist und übergeht an den Google und an wer da auch sonst noch dazwischen ist, wer sich darüber noch gar nicht so gross Gedanken gemacht hat, wenn er mit Karte oder eben NFC, was auch immer bezahlt, da hat es einen guten Blogpost auf Google Watch Blog. Den haben wir natürlich bei uns in den Shownotes verlinkt dazu. Samsung Nutzer unter euch, vielleicht sogar das Samsung Galaxy S9 oder das Note 8 in Betrieb, dann solltet ihr das neueste Update von der Messenger App, Samsung Messenger App nicht machen, denn die kann aktuell Fotos von euch verschicken und zwar ohne euer Zutun. Und somit, je nachdem was ihr für Fotos auf eurem Smartphone habt, könnte das ziemlich peinlich werden, denn die Fotos werden wahlweise an Freunde von euch verschickt. Somit eine kleine Warnung. Samsung Schweiz hat darauf auch reagiert, dass aktuell noch nichts Genaueres gesagt werden kann, wie, was, wo, außer eben das Update nicht installieren und es gibt eine Telefonnummer, falls da irgendwas passiert ist, sollte man sich darüber bei Samsung Schweiz direkt melden. Nehmen wir an, das wissen Deutschland und Österreich genauso. Das Mailander U-Bahn-System zieht jetzt nach, denn nach London ist das das zweite hier in Europa, worüber man an den Terminals direkt mit Apple Watch und iPhones bezahlen kann. Quasi zum Beginn der Fahrt hält man seine Uhr oder das Smartphone hin und zum Ende der Fahrt wieder das Gleiche und so geht man raus. vom Prinzip her gleich wie mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, halt einfach mit der Apple Pay. Mailand hat mindestens ein Lesefeld pro Bahnhof, wie man verlauten lassen hat. In der Innenstadt ein bisschen mehr als im Außenbereich, aber da wird man nächstens mehr ausbauen und somit dann auch die Möglichkeit anbieten, dass man eben so rausgeht. Ganz wichtig ist dabei einfach zu beachten, dass wenn ihr am beginnenden Ort mit der Uhr bezahlt habt, dass ihr beim ausgehenden Ort auch wieder mit der Uhr bezahlt habt und Smartphone zu Smartphone logischerweise. Also das Gerät muss das Gleiche bleiben, ansonsten funktioniert das nicht ganz. Ja, die schöne neue Zukunft. Ich freue mich schon darauf, wenn das bei uns auch beim normalen Zug so möglich ist. Obwohl, ich habe ja das Skia. Mist, brauche ich es gar nicht. Na dann, nächstes Thema ist MyFritz iOS Update. Ich habe mich gefreut, als dass die MyFritz App ein Update bekommen hat. Für diejenigen, die es nicht kennen, AVM, der Routerhersteller aus Deutschland, bietet einem mit dieser App die Möglichkeiten, direkten Zugriff aufs Heimnetzwerk zu bekommen. Direkt über die App, Android-Smartphone oder iOS-Smartphone. Bei iOS ist das Ganze ein bisschen eingeschränkt und ich habe mich schon gefreut, dass da ein paar neue Features mit dazu bekommen. Aber aktuell ist es nicht so. Es sind nur zwei, drei kleine Verbesserungen im Bereich Datenschutzerklärung und Feedback-Funktion in anonymisierter Statistik etc. Ich hoffe, dass da nächstens auch von AVM-Seite ein bisschen mehr Funktionen für iOS-Nutzer kommen. Logischerweise geht nicht ganz alles wie bei Android, aber das eine oder andere könnte man sicherlich auch noch übernehmen, denn die Android-App ist da wirklich toll, was das anbelangt. Gehen wir noch rüber zu der letzten News. Die geht in Richtung Apple und Apple Maps. Vor sechs Jahren ist das jetzt schon wieder her, wo Apple die Apple-Karten-App aufgerufen hat und da ein bisschen das eine oder andere Problem damit hatte. Und seither hat sich vieles getan, vor allem viele kleine Dinge und auch im Hintergrund haben sich anscheinend Millionen von Dingen geändert, wie Eddy Cue in einem Interview verlauten lassen hat. Und in diesem Herbst mit iOS 12 will man ein grösseres Update in die Richtung raushauen, denn zum einen will sich Apple von anderen externen Lieferanten von Kartenmaterialen trennen und selber hat man fleissig Autos und Drohnen im Umlauf, die eben die ganzen Karten neu vermessen und vor allem auch detaillierter anbringen. Und somit möchten sie ein bisschen mehr in Richtung Google Maps aufschliessen. Das ist sicherlich nicht verkehrt und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird, wenn es denn da ist. iOS 12, Herbst, wir kommen. Das waren es, die News, die ich heute für euch zusammen habe. Für all diejenigen, die noch nicht genügend News hatten, auf dem Geek Talk, unter dem Mutterformat, findet ihr ab heute dann die 32.18, die neueste Folge, in der der Jan und ich uns zusammengesetzt haben und über die News der letzten Wochen geredet haben. In diesem Sinne, euch viel Spass beim Reinschauen, einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Start in diese neue Woche und wenn ihr mögt, wir hören uns morgen wieder. Somit euer Pokipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.